Guck an, die haben das Schilderhäuschen auch schon direkt in Honda schwarz-weiß gestochen. Guck mal. Oh Mann, Mann, Mann. Das ist ja wohl cool. Oh, sogar ein Wassergeraden drum. Richtig. Ist ja stark. Das ist ja gut. Wollen wir mal gucken. Da passt es. Oh. Schade. Mhm. 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 Feine Güte, finde ich ja richtig. Mhm. 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 Wir treten auf eigene Gefahr. Gut. Ach, da nehme ich mir doch mal so ein Blatt mit hier. Das ist doch gut. Da weiß ich Bescheid. Mhm. Flucht- und Rettungsplan. Gut. Wir wollen hier explodieren, das Ding. Mal gucken. Ich dachte, die mich hier festnehmen. Uh, da stehen die ganzen Kanonen. Uiuiuiui. Ist das stark. Boah. Cool. Da muss man wirklich mal hin. Und ich bin ja da. Da muss man hin. Nach meiner eigenen Führung. Ja, weiß man auch, warum das graue Ort heißt. Alles grau. So. Da bin ich hergekommen. Fluchtweg. Was denn da? Das ist alles unterwühlt hier. Wow. Boah. 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 Dunkler Gang. Gespenstisch. Tja, jetzt müssten hier noch die Preußen rumlaufen. Da wär aber Zug hier im Laden noch. Ich glaub, da wär ich auch zum Militär wieder gegangen. Ja. Vor allem zu Festungen oder in Festungen, die nie zum Einsatz kommen. Da hat man noch ein laues Leben. Nicht so. Ja, die Fahne hätte säßen können, anlässlich meines Besuches. Hm, 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 hm. Na gut. Gehen wir wieder. Zum Schlachtroß. Nein, da ist ja nicht mein Schlachtroß. Das ist ja mein Ponyhaus. Zu meinem Schlachtpony. Okay. Ja. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Jetzt wissen wir's doch. So. Da. So sieht das aus. So sah das mal aus. Aha, aha. Da. Da ist die Elbe. Cool. Da. Und wie tief das runter geht hier an die Erde noch. Ist ja stark. Mauerplan. Also das ist das, wo wir hier stehen. Da gucken wir hin. Da drüben. Das ist das hier. Boah. Das muss man, da muss man mehr Zeit mitbringen. Ich find das spannend. Jo. Wird gut. Na. Hat sich doch schon gelohnt, siehste. Das einer sieht, ich lauf hier mit dem Helm rum. Denkt ja auch ein Astronaut ist gelandet. Jo. Hm. Hm. So. Wie ist der? Jo. Guck er an. Ist das nicht cool? Boah. Hier kann man richtig laufen. Da außen rum. Super. Ja. Oh. Foto machen. Nicht vergessen. Mann, Mann, Mann. Alles muss man denken. Ja. Foto machen. Nicht vergessen. Genau. Grauer Ort. Gut. Eine Ferne haben sie ja gehisst wenigstens. Oh. Jung. Gut. Alles gut. Ja. Ist mein Ding kaputt hier? Du willst nicht mehr. Du willst nicht mehr. Sprich nicht mehr mit mir. Das Ding hier, wo das... Oh ne, komm. Komm. Zwing mich nicht zu harten Maßnahmen. Geht nicht mehr. Ja, das hier mein ich. Okay. Dann eben so. So. Weiter geht's. Wenn ich die Rote noch zukriege. Gut. Upsa. So. Da ist ja mein Schalter. Da ist meine Papierefestung über Ort. Gut. So. Feuer frei. Machen wir uns über die Autobahn wieder zurück. Okay. Super. Dann wollen wir mal. So. Können wir auch ausschalten. Das war's. Gauer Ort.